Die Zukunft ist von Natur aus gefährlich. Der größte Fortschritt der Zivilisation wurde durch Prozesse ermöglicht, die beinahe die Gesellschaften zerstört hätten, in denen sie stattfanden. Alfred North Whitehead Kathy Hutchinson war 14 Jahre lang nach einem Schlaganfall vollständig gelähmt. Sie konnte sich nicht bewegen und nicht sprechen, kommunizierte nur mit ihren Augen und durch Bewegungen ihres Halses. Aber 2012 änderte sich ihr Leben. Wissenschaftler setzten einen kleinen Chip auf die Oberfläche ihres Gehirns und verbanden ihn mit einem Computer und einer Roboterhand. Jetzt kann Kathy diese Hand mit der Kraft ihrer Gedanken steuern. Sie lernt, Objekte zu greifen und sie zum Mund zu führen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren kann sie die Welt um sich herum beeinflussen. Als sie gefragt wurde, was sie fühlt, antwortete Kathy mit einem Wort. Ekstase. Diesen Chip, der BrainGate genannt wird, entwickelten Wissenschaftler der Brown University. Er ist so groß wie eine kleine Tablette und hat 96 dünne Elektroden, die die Signale des Gehirns auffangen. Wenn Kathy an eine Bewegung denkt, überträgt der Chip diese Signale an den Computer, der die Roboterhand steuert. Im Januar 2024 führte das Unternehmen Neuralink erfolgreich die erste Implantation eines Chips in das Gehirn eines Menschen durch. Der Empfänger war der gelähmte Noland Arbo. Trotz seiner Lähmung unterhalb seines Halses kann er jetzt einen Computer nur mit seinen Gedanken steuern. Arbo spielt Online-Schach und Civilization VI, kommuniziert in sozialen Netzwerken und lernt Japanisch. Er sagt, dass der Chip ihm geholfen hat, wieder eine Verbindung zur Welt aufzubauen. Eine weitere Nachricht dieses Jahres betrifft Casey Harrell, einen Mann mit Amyotrophalateralsklerose. Er konnte dank einer neuen Sprachneuroprothese widersprechen. Ihm wurden Elektrodenmatrizen ins Gehirn implantiert und mit Hilfe von maschinellem Lernen konnte Casey bis zu 32 Wörter pro Minute aussprechen, und zwar mit seiner eigenen Stimme. Diese wurde anhand alter Aufnahmen wiederhergestellt. Eines Tages, im Jahr 2052, werden sie einem Kind erzählen, wie alles begann und es wird ihm langweilig sein. Diese Worte stammen von Tim Urban, einem bekannten Wissenschaftsjournalisten. Elon Musk bat ihn, 2015 über seine Projekte zu berichten. Zwei Jahre später schrieb Urban einen ausführlichen Artikel über Neuralink. Das Unternehmen entwickelt eine Neuroschnittstelle zur Behandlung des Gehirns und will in Zukunft alle Menschen verbessern. Urban sprach mehrere Wochen lang mit dem Neuralink-Team. Am Ende der vereinbarten Zeit versuchte er, ihre Prognosen für das Jahr 2052 zu erfahren, wenn ihre Technologien weit verbreitet sein würden. Doch das Team lehnte ab und erklärte, ihre Aufgabe sei es, an konkreten Ergebnissen zu arbeiten und nicht zu träumen. Aber ich habe weiter gefragt mit zusammengebissenen Zähnen, bis sie schließlich ihre Gedanken zur Zukunft offenlegten. Ich führte auch den Großteil meiner Gespräche über die ferne Zukunft mit Elon und dem Neurowissenschaftler Moran Cerf. Außerdem sprach ich mit Rames' Namen und stellte ihm 435 Fragen, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Wohin steuern wir also? Diesen Artikel von Tim Urban las ich Anfang dieses Jahres und, wissen Sie, seitdem denke ich immer wieder daran zurück. Er hat mich inspiriert, dieses Video zu erstellen. Außerdem habe ich die Bücher The Brain, die Geschichte von dir, von Neurowissenschaftler David Eagleman und Die Physik des Bewusstseins von Physiker Mikio Kaku gelesen. Auf diese werde ich ebenfalls häufig Bezug nehmen. Eine vollständige Gehirnschnittstelle wird ihrem Gehirn die Fähigkeit geben, drahtlos mit der Cloud, Computern und den Gehirnen von anderen Menschen, die ebenfalls über diese Schnittstelle verfügen, zu kommunizieren. Dieser Informationsfluss zwischen ihrem Gehirn und der Außenwelt wird völlig unauffällig sein. Er wird dem Denken ähneln, das gerade in ihrem Kopf stattfindet. Ja, dieses Video handelt von der Zukunft der Neuroschnittstellen, dem Schwarmbewusstsein und der Symbiose mit künstlicher Intelligenz. Ich bin Sascha und das ist Homo Deus. 1963 erschien der Comic über Spider-Man. Darin tauchte eine ungewöhnliche Figur auf. Der Wissenschaftler Otto Günther Octavius. Er erfand ein Gerät, das es ihm ermöglichte, vier robotische Arme mit seinen Gedanken zu steuern, wobei jeder Arm selbstständig agieren konnte. Das ist vergleichbar damit, wie sie beim Autofahren gleichzeitig Kaffee trinken, in den Rückspiegel schauen und die Pedale betätigen. Leider erlitt Dr. Octavius bei einem Unfall eine Hirnschädigung. Er verwandelte sich in einen Bösewicht mit dem Spitznamen Dr. Octopus und begann, seine vielen Arme für kriminelle Zwecke einzusetzen. Als dieser Comic herauskam, schien die Idee, robotische Gliedmaßen mit Gedanken zu steuern, reine Fantasie zu sein. Doch erstaunlich ist, wie schnell diese Fantasie zur Realität wurde. In der realen Welt entdeckten Wissenschaftler, dass das Gehirn sich an Veränderungen des Körpers anpassen kann. Wenn zum Beispiel jemand eine Hand verliert, bleibt der Bereich im Gehirn, der sie früher gesteuert hat, nicht untätig. Er beginnt, andere Körperteile zu kontrollieren. Es gab einen Fall mit einer Frau namens Laura, die ihre Hand verloren hatte. Einige Wochen nach der Verletzung begann der Bereich in ihrem Gehirn, der vorher die Handbewegung steuerte, nun die Schulter zu kontrollieren. Wissenschaftler beschlossen, dies zu untersuchen. Sie schickten schwache magnetische Impulse durch Lauras Schädel und beobachteten, welche Muskeln darauf reagierten. Es stellte sich heraus, dass Lauras Gehirn sich selbst an den neuen Zustand ihres Körpers angepasst hatte. Es optimierte sich gewissermaßen, um die verbleibenden Körperteile besser zu steuern. Dieses Prinzip eröffnet spannende Möglichkeiten für die Zukunft. In der Natur gibt es viele Tiere mit ungewöhnlichen Körpern. Es gibt Ameisenbären und Sternmullmaulwürfe, Faultiere und Seepferdchen, Oktopusse und Schnabeltiere. Sie alle sind sehr unterschiedlich, aber erstaunlich ist, dass ihre Gene sehr ähnlich sind. Tiere nutzen verschiedene Körperteile. Schwänze, Klauen, Tentakel, Fühler, Rüssel und Flügel. Bergziegen laufen geschickt über steile Felsen. Eulen finden präzise Mäuse im Dunkeln. Frösche fangen meisterhaft Fliegen mit ihrer Zunge. Das Gehirn ist universell. Es muss sich nicht jedes Mal neu anpassen, wenn es neue Körperteile gibt. Seien es Finger, Flossen oder Flügel, es lernt einfach das zu steuern, was vorhanden ist. Stopp! Wenn die Gene bei allen so ähnlich sind und sie durch Anpassungen ihrer Umwelt so unterschiedlich werden, warum gibt es dann keine Menschen mit ungewöhnlichen Körpern? Aber es gibt sie. Manchmal haben auch Menschen ungewöhnliche Körperteile. Zum Beispiel werden gelegentlich Kinder mit einem kleinen Schwanz geboren. 2006 wurde in Shanghai ein Junge namens Chi-Chi mit drei Armen geboren. Er hatte einen normalen rechten Arm und zwei linke Arme und beide waren funktional. Das war das Ergebnis einer ungewöhnlichen Genexpression. Solche Fälle wie ein Schwanz oder ein zusätzlicher Arm bei Neugeborenen zeigen, wie kleine Veränderungen in den Genen große Auswirkungen auf den Körper haben können. Weniger auffällige Unterschiede sind häufig. Manche Menschen haben längere Arme als gewöhnlich, kürzere Finger oder einen großen Zeh, der kleiner ist als der Benachbarte. Übrigens, Schimpansen, unsere nächsten Verwandten, sind genetisch sehr ähnlich zu uns, doch ihre Körper sind anders gebaut. Sie haben anders angeordnete Armmuskeln. Ihre Hüften sind nach außen gedreht und ihre Zehen sind länger. Das Gehirn des Affen lernt leicht, auf Bäume zu klettern, während das menschliche Gehirn Klavier spielen oder mit dem Bogen schießen kann. Matt Stutzman wurde ohne Arme geboren, lernte aber mit seinen Füßen Bogen zu schießen. Er macht das so. Er legt den Pfeil mit den Zehen auf die Sehne, hebt den Bogen mit dem anderen Fuß, spannt die Sehne und schießt. Matt wurde der beste Bogenschütze der Welt und stellte den Rekord für die längste Serie genauer Schüsse auf. Beispiele für ähnliche Flexibilität des Gehirns finden sich überall im Tierreich. Zum Beispiel lernte ein Hund namens Faith, der ohne Vorderbeine geboren wurde, auf den Hinterbeinen zu laufen wie ein Mensch. Normalerweise denken wir, dass Hunde auf vier Beinen laufen sollten, doch Faith zeigt, wie das Gehirn sich an einen ungewöhnlichen Körper anpassen kann. Ein weiteres Beispiel? Die Bulldogge Sir Blake lernte Skateboard zu fahren. Er springt selbst auf das Brett, stößt sich mit der Pfote ab und umgeht Hindernisse. Und was soll man sagen? Das Internet ist voller anderer skatender Hunde. Ein Hund namens Sugar wurde sogar ein ausgezeichneter Surfer und erhielt eine Auszeichnung. Einen Platz in der internationalen Surfhunde-Ruhmeshalle. Ja, so eine gibt es tatsächlich. In der Natur fahren Hunde nicht auf Rädern und reiten nicht auf Wellen. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass sie manchmal sogar besser mit menschlichen Aktivitäten zurechtkommen als die Menschen selbst. Auch das Gehirn von Tieren ist anpassungsfähig. Kleinkinder lernen sprechen, indem sie verschiedene Laute erzeugen. Sie hören, wie diese Laute klingen und vergleichen sie mit der Sprache ihrer Eltern. Lob der Erwachsenen hilft ihnen zu verstehen, welche Laute richtig sind. So lernen Kinder allmählich jede Sprache, die um sie herum gesprochen wird. Genauso lernen Kinder sich zu bewegen. Wenn ein Baby in seinem Bettchen liegt, ist es aktiv. Es versucht ständig, seine Zehen zu erreichen, wedelt mit den Armen und zieht sich an den Haaren. So lernt es, wie sein Körper funktioniert. Später hilft ihm diese Erfahrung, laufen, essen, schwimmen und springen zu lernen. Auch Erwachsene können neue Bewegungen erlernen. Zum Beispiel, wenn jemand das Fahrradfahren lernt, passt sich sein Gehirn an die neue Fortbewegungsweise an. Obwohl Menschen nicht mit der Fähigkeit geboren werden, Fahrrad zu fahren, lernen sie es schnell. Es gibt jedoch auch ungewöhnliche Fahrräder. Einmal erhielt der Ingenieur Destin Sandlin ein Fahrrad als Geschenk, dessen Lenker in die entgegengesetzte Richtung drehte. Anfangs fiel es ihm sehr schwer, aber nach einigen Wochen des Übens gelang es ihm. Er lernte genauso wie Kinder das Fahren eines normalen Fahrrads lernen, nämlich durch Versuch und Irrtum. Eine ähnliche Situation entsteht, wenn man zum ersten Mal in einem Land mit entgegengesetzter Fahrtrichtung Auto fährt. Zuerst ist es schwierig, aber allmählich gewöhnt man sich daran. Das Gehirn merkt sich die Ergebnisse jeder Aktion und lernt, alles richtig zu machen. Dieses Prinzip des Lernens durch Übung wird nicht nur von Menschen verwendet. Es gibt zum Beispiel einen Unterwasserroboter namens Starfish. Äußerlich sieht er wie ein Seestern aus. Interessant ist, dass dieser Roboter selbst lernt, sich zu bewegen. Er probiert verschiedene Bewegungen aus und schaut, was funktioniert. Wenn eine Bewegung gut funktioniert, merkt sich der Roboter sie und verwendet sie erneut. So versteht er allmählich, wie sein Körper funktioniert und was er tun kann. Im Dezember 1995 war Jean-Dominique Bourbi auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er leitete das beliebte Magazin L und verkehrte in den höchsten Kreisen Frankreichs, doch plötzlich änderte sich sein Leben schlagartig. Ein schwerer Schlaganfall führte zu einem Koma. Als er wieder zu Bewusstsein kam, war Bourbi in seinem eigenen Körper gefangen. Er stellte fest, dass er nur noch mit dem linken Augenlid blinzeln konnte. Mit dieser einzigen Bewegung lernte er zu kommunizieren, indem er Buchstaben auswählte, die ihm eine Ärztin laut vorlas. So schaffte es Bourbi, Buchstabe für Buchstabe ein Buch über seine Erfahrungen als Gefangener seines eigenen Körpers zu schreiben. Im März 1997 erschien das Buch Schmetterling und Taucherglocke. Es wurde sofort ein Bestseller in Europa. Und überraschenderweise endete Bobbys Leben nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des Buches. Die Geschichte von Bourbi lernt uns auch heute noch, Gesundheit zu schätzen. Bourbi konnte sich nicht bewegen, weil sein Gehirn keine Signale an die Muskeln senden konnte. Normalerweise, wenn sie ihre Hand bewegen möchten, sendet ihr Gehirn einen Befehl über die Nerven an die Muskeln. Bei Bourbi war diese Verbindung unterbrochen. Wissenschaftler fragten sich, was wäre, wenn man die Signale direkt aus Bobbys Gehirn lesen könnte? Diese Idee führte zur Entwicklung von Gehirncomputerschnittstellen. Der Fußballer Matt Neagle konnte sich aufgrund einer Rückenmarksverletzung, die zu einer Lähmung führte, nicht mehr bewegen. Die Verbindung zwischen seinem Gehirn und seinen Muskeln war gestört. 2006 wurde ihm eine kleine Platte mit Elektroden ins Gehirn implantiert. Dank dieser Neuroprothesen konnte er eine künstliche Hand allein durch seine Gedanken steuern. Wenn Matt an eine Bewegung dachte, las das Gerät die Signale seines Gehirns aus und leitete sie an den Computer weiter. Fünf Jahre später entwickelten Wissenschaftler eine noch fortschrittlichere künstliche Hand. Die gelähmte Yen Scheuermann stimmte zu, diese zu testen. Nach der Operation konnte Yen diese Hand steuern, indem sie sich die Bewegungen einfach vorstellte. Sie konnte Gegenstände fast genauso gut greifen wie früher, also wie mit ihrer echten Hand. Yen sagte dazu, wenn es darauf ankommt, habe ich lieber ein Gehirn als Hände. Heute arbeiten Wissenschaftler an verschiedenen Arten von Geräten. Eine Forschergruppe entwickelt ein Exoskelett. Dieser Anzug imitiert den menschlichen Körper. Um ihn zu steuern, werden kleine Platten mit Sensoren im Gehirn platziert. Wenn eine Person an eine Bewegung denkt, führt der Anzug diese Bewegung aus. Andere Wissenschaftler gingen einen anderen Weg. Sie entwickelten ein System, das Signale direkt aus dem Bereich des Gehirns liest, der für Bewegungen verantwortlich ist. Diese Signale werden nicht an einen Anzug weitergeleitet, sondern direkt an die Muskeln der Hand, wobei das beschädigte Rückenmark umgangen wird. An der Hand wird ein Gerät befestigt, das diese Signale empfängt und die Muskeln in Bewegung setzt. Menschen, die dieses System getestet haben, konnten ihre Hand und Finger bewegen. Sie griffen nach Gegenständen, drehten sie und tippten sogar auf einer Tastatur, indem sie einfach an diese Aktionen dachten. Es gibt jedoch ein Problem. Die Person fühlt nicht, was sie berührt. Es ist, als würde man ein Ei in dicken Handschuhen halten. Man könnte es leicht zerdrücken oder fallen lassen. Doch die Wissenschaftler haben auch dieses Hindernis überwunden. Im Jahr 2016 konnte der gelähmte Nathan Copeland dem US-Präsidenten Barack Obama die Hand schütteln. Allerdings tat er dies mit einer Roboterhand, die er mit seinen Gedanken steuerte. Dank der Elektroden, die in seine sensorische Hirnrinde implantiert waren, konnte Copeland den Händedruck des Präsidenten fühlen. Interessant ist, dass das Gehirn mit der Zeit beginnt, die künstliche Hand als Teil des eigenen Körpers zu empfinden. Das liegt daran, dass unser Gehirn am besten lernt, wenn es Rückmeldungen erhält. Wenn ein kleines Kind zum Beispiel mit einem Spielzeug ans Bett klopft, bewegt es nicht nur die Hand, sondern es hört auch das Klopfen, sieht die Bewegung und fühlt den Schlag. Ein ähnliches Phänomen wurde auch bei Affen beobachtet. Wenn sie einen Stock benutzten, um an Nahrung zu gelangen, begann ihr Gehirn, diesen Stock als Verlängerung ihrer Hand zu betrachten. Der Bereich des Gehirns, der für die Hand zuständig ist, dehnte sich sozusagen aus, um den Stock einzuschließen. Stellen Sie sich vor, man könnte nicht nur eine beschädigte Hand ersetzen, sondern sich eine zusätzliche dritte Hand hinzufügen. Klingt fantastisch, aber ein solcher Versuch wurde bereits mit einem Affen durchgeführt. Im Jahr 2008 wurde einem Affen mit zwei gesunden Händen eine dritte, metallene Hand hinzugefügt. Ein Chip mit Elektroden wurde in das Gehirn des Tieres implantiert. Dadurch konnte der Affe die Roboterhand mit seinen Gedanken steuern. Zunächst lernte der Affe, den Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen, um eine Belohnung zu erhalten. Er tat dies mit seinen echten Händen, doch dann geschah etwas Erstaunliches. Der Affe hörte auf, seine Hände zu bewegen, aber der Cursor bewegte sich weiter. Das Gehirn des Tieres lernte, den Cursor unabhängig von den Händen zu steuern. Danach konnte der Affe die Roboterhand steuern, ohne dabei seine echten Hände zu bewegen. Er benutzte die Roboterhand, um Marshmallows zu greifen und in den Mund zu stecken. Wichtig ist, dass das Gehirn des Affen dafür einen eigenen Bereich einrichtete, der nicht derselbe war, der die echten Hände steuert. Das erinnert an Dr. Octopus, der gleichzeitig seine normalen Hände und seine Roboterarme steuern konnte. Okay, es ist klar, dass man eine dritte Hand hinzufügen kann, aber würden Sie gerne einen Roboter steuern, der weit von Ihnen entfernt ist? In einem Experiment steuerte ein Affe in den USA einen Roboter in Japan. Der Affe lief auf einem Laufband und der Roboter am anderen Ende der Welt wiederholte seine Bewegungen. Das Prinzip war einfach, die Signale des Affengehirns wurden aufgezeichnet und über das Internet an den Roboter gesendet. Um das zu ermöglichen, haben die Wissenschaftler lange Vorbereitungen getroffen. Sie studierten, wie das Gehirn des Affen beim Gehen arbeitet. Sie beobachteten, welche Signale das Gehirn an die Muskeln sendet, wenn der Affe mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten läuft. Das war schwierig, weil nicht nur ein Bereich des Gehirns für das Gehen verantwortlich ist, sondern viele verschiedene. Als die Wissenschaftler verstanden, wie das funktioniert, konnten sie die Signale des Affengehirns in Befehle für den Roboter übersetzen. Das Faszinierende war, dass der Roboter sich auch dann weiter bewegte, wenn der Affe nur noch an das Gehen dachte. Es scheint, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft fast zwangsläufig gedankensteuerbare Roboter in der Industrie, in der Unterwasserumgebung oder vielleicht sogar auf der Mondoberfläche haben werden und sie von unseren gemütlichen Sofas aus steuern können. Nach gründlichem Training werden unsere kortikalen Karten die Antriebe und Sensoren der Roboter als unsere Fernkörperteile und Telesensoren in sich aufnehmen. Das könnte verändern, wie wir den Weltraum oder den Ozean erforschen. Anstatt Menschen an gefährliche Orte zu schicken, könnten wir Roboter entsenden und sie aus der Ferne steuern. Zum Beispiel beobachtete die Welt im Jahr 2010 voller Entsetzen, wie 5 Millionen Barrel Rohöl unkontrolliert in den Golf von Mexiko strömten. Die Ölkatastrophe war eine der größten Umweltkatastrophen der Geschichte, doch fast drei Monate lang konnten Ingenieure nichts dagegen unternehmen. Roboter-Unterwasserfahrzeuge mit Fernsteuerung kämpften wochenlang rund um die Bohrstelle, um sie abzudichten, doch ihnen fehlten die Fähigkeiten und die Flexibilität. Wenn die Ingenieure damals Zugang zu Unterwasser-Robotern mit gedankengesteuerten, flexiblen Manipulatoren gehabt hätten, wäre die Leckage vielleicht schon in den ersten Tagen gestoppt worden. Hm, und was passiert wohl mit ihrem Ich, wenn sie ein neues Körperteil bekommen? Wird der Roboter Teil ihres Körpers in ihrem Bewusstsein? Die Antwort lautet, sie werden den Roboter als Teil von sich selbst wahrnehmen. Eine künstliche Hand wird für sie zu einem weiteren Gliedmaß, sicherlich ungewöhnlich wegen der physischen Distanz, aber trotz der Entfernung hat sie das Recht, als ihre eigene betrachtet zu werden. Der einzige Grund, warum uns Hände und Füße, die am Körper befestigt sind, so vertraut sind, ist, dass Mutter Natur nie versucht hat, eine Fernsteuerung der Gliedmaßen über Bluetooth zu entwickeln. Stellen Sie sich vor, Sie würden plötzlich Ihre eigene Hand oder Ihr Bein nicht mehr erkennen. Dieses seltsame Gefühl nennt man Somatoagnosie. Es kann auftreten, wenn der rechte Parietallappen des Gehirns beschädigt ist. Eine Person mit diesem Zustand kann ihre Gliedmaßen nicht bewegen und beginnt zu glauben, dass sie ihr nicht gehören. Manche denken, dass es der Körperteil eines verstorbenen Freundes oder sogar eines Tieres ist. Die Reaktionen auf diese scheinbar fremden Gliedmaße sind unterschiedlich. Einige Menschen ignorieren sie, während andere ständig darüber sprechen oder sogar versuchen, ihr zu schaden. Wissenschaftler glauben, dass dies geschieht, wenn unser Gehirn die Kontrolle über einen Teil des Körpers verliert. Dann hört es einfach auf, ihn als eigenen Körperteil zu betrachten. Der bekannte Neurologe Oliver Sachs erlebte einmal etwas Ähnliches. Während einer Wanderung in den Bergen Norwegens versperrte ihm ein wilder Eber den Weg. Sachs rannte in Panik den Hang hinunter, stieß dabei gegen einen Felsen und riss sich den Quadrizeps. Wegen dieser Verletzung konnte er sein Bein nicht bewegen. Im Krankenhaus begann er zu fantasieren und hatte das Gefühl, dass das Bein nicht mehr zu ihm gehörte. Er sah es, aber er fühlte es nicht. Ich kannte dieses Bein nicht. Es war irgendwie seltsam. Nicht meins. Fremd. Ich sah es an, aber es war mir völlig unbekannt. Es gab kein Gefühl. Nichts und es sah aus und fühlte sich so unheimlich an. Es schien mir unerklärlich fremd. Wie eine leblose Attrappe, die an meinem Körper geheftet war. Dieser Zustand zeigt, wie wichtig es für uns ist, die Kontrolle über unseren Körper zu haben. Wenn wir diese Fähigkeit verlieren, kann sich unser Selbstbild drastisch verändern. Vor ihnen steht die künstliche Hand Shadow Hand. Jede Fingerkuppe ist mit Sensoren ausgestattet, die Informationen an einen mechanorezeptorischen Handschuh senden, den sie tragen. Die Hand ist so empfindlich, dass sie sie von überall aus steuern können, wo immer sie sich befinden. Das ist ein Beispiel für ein Gerät, das es ermöglicht, verschiedene Körper auszuprobieren. Diese können in virtueller Realität getestet werden. Dort können sie ihren Körper im Handumdrehen verändern. Stellen Sie sich vor, Sie sehen in einem virtuellen Spiegel Ihr Spiegelbild. Sie heben die Hand und Ihr Abbild macht dasselbe, aber das Spiegelbild sieht vielleicht ganz anders aus als Sie. Vielleicht wie eine Person eines anderen Geschlechts oder Alters. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen nur wenige Minuten brauchen, um sich an einen neuen Körper in VR zu gewöhnen. Danach können sie sich in der virtuellen Welt bewegen und sich wie eine andere Person fühlen. Einige Forscher gingen noch weiter. Sie schufen virtuelle Körper mit ungewöhnlichen Formen, zum Beispiel mit einer riesigen Hand, die so groß wie ein Kran ist oder mit acht Beinen wie bei einem Hummer. Erstaunlicherweise lernten die Menschen schnell, selbst diese seltsamen Körper zu steuern. Hier ist ein weiteres Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in der virtuellen Realität. Sie tragen eine VR-Brille und haben Controller in den Händen. Sie schauen nach unten und sehen nicht nur Ihre normalen Hände, sondern eine dritte Hand, direkt in der Mitte Ihrer Brust. Wissenschaftler der Stanford University führten ein solches Experiment durch. Dabei lernten Menschen, diese zusätzliche Hand zu steuern. Die Teilnehmer brauchten nur drei Minuten, um das neue Körperteil zu beherrschen. VR löscht Grenzen aus. Sie können einen Schwanz bekommen, sich auf die Größe eines Balls schrumpfen oder riesig wie ein Haus werden. Ihr Körper kann jede Form annehmen, selbst die eines Dr. Octopus. Es ist paradox, aber die Veränderung des virtuellen Körpers kann unser Verhalten und Denken beeinflussen. Studien zeigen, dass Menschen, die Avatare älterer Personen verwenden, mehr über ihre Ersparnisse nachdenken. Und diejenigen, die ihren Avatar Sport treiben sehen, wollen selbst mit dem Training beginnen. Ein Beispiel aus dem echten Leben. Der Gießereiarbeiter Nigel Akland verlor seinen Arm durch einen Unfall. Anstelle einer gewöhnlichen Prothese erhielt er eine bionische Hand, die er spüren kann. Interessant ist, dass diese neue Hand nicht nur den verlorenen Arm ersetzt, sie bietet ihm neue Fähigkeiten. Zum Beispiel kann er sein Handgelenk endlos rotieren lassen wie ein Kreisel und er spürt es. Er fühlt die endlose Drehung seiner Hand. Das bedeutet, dass Nigel in der Lage ist, Gedanken zu erzeugen, die wir nicht haben. Wir treten in eine bionische Ära ein, in der Menschen Zugang zur Ausrüstung haben werden, die stärker und langlebiger ist als der biologische Körperroboter, den wir bei der Geburt erhalten. Und wenn unsere Neugierigen, uns unbekannten Nachfahren in Millionen Jahren unser Zeitalter studieren, könnten sie diese Zeit als den Moment bezeichnen, in dem die Menschheit zum ersten Mal die langsamen Pfade verließ, auf denen uns die gemächliche Evolution geführt hatte, und begann, die Zukunft ihrer Körper in die eigenen Hände zu nehmen. 2013 führte Dr. Miguel Nicolelis ein Experiment mit Ratten durch. Moment mal, diesen Namen werden Sie noch öfter hören, also lassen Sie mich das kurz erklären. Miguel Nicolelis ist Doktor der Medizin, Doktor der Philosophie, Doktor an der Duke University, Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften und Preisträger des Daniel-Noble-Preises. Er ist ein Pionier auf dem Gebiet der Neurointerfaces und der Neuroplastizität. Kurz gesagt, ein schlauer Mann, der weiß, wovon er spricht. Also, Nicolelis führte 2013 ein Experiment durch. Er brachte Ratten bei einem Hebel zu drücken, wenn ein rotes Licht aufleuchtet. Gleichzeitig sendete er anderen Ratten über ein spezielles Gerät Signale, die reckten ihr Gehirn. Dann verband er die Gehirne der Ratten über das Internet. Wenn die ersten Ratten das rote Licht sahen, schickte ihr Gehirn ein Signal an die zweiten Ratten. Und stellen Sie sich vor, die zweiten Ratten drückten den Hebel, obwohl sie selbst kein Licht sahen. Sie verstanden das Signal von den anderen Ratten in sieben von zehn Fällen. Das war der erste Schritt zur Verschmelzung von Gedanken, also zur Schaffung eines Brain-Net. Aber was ist mit Menschen? Im selben Jahr, 2013, wurde an der University of Washington ein ähnliches Experiment mit Menschen durchgeführt. Ein Wissenschaftler, der einen speziellen EEG-Helm trug, dachte einfach daran, seine Hand zu bewegen. Und wissen Sie was? Die Hand eines zweiten Wissenschaftlers, der sich an einem anderen Ort befand, bewegte sich tatsächlich. Und das war kein Zufall. Der erste Wissenschaftler sendete ein Signal mit seinem Gehirn über das Internet. Der zweite Wissenschaftler trug einen Helm, der dieses Signal empfing und seine Hand bewegte. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen würden, wenn Ihre Hand plötzlich wie von selbst zuckt. Das erinnert ein wenig an das Alien-Hand-Syndrom. Es tritt auf, wenn die beiden Gehirnhälften nicht miteinander kommunizieren können. Zum Beispiel könnte Ihr linkes Gehirn atheistisch sein, während das rechte gläubig ist. Oder Sie versuchen mit einer Hand Ihre Jacke zuzuknöpfen, während die andere Hand sie wieder aufknöpft, als würde sie von jemand anderem gesteuert. Mehr dazu habe ich in meinem Video über das Bewusstsein erzählt. Aber diese Phänomene sind grundlegend verschieden. Das Alien-Hand-Syndrom ist ein Konflikt zwischen den beiden Gehirnhälften. Das Experiment von Nicolaylis hingegen zeigt eine neue Art der Interaktion zwischen Menschen. Nicolaylis glaubt, dass Sie in Zukunft Ihre Empfindungen beim Tanzen oder Fallschirmspringen direkt mit Ihren Freunden teilen können. Sie könnten also genau das Gleiche fühlen wie Sie. Zum Beispiel könnte sich das Fußballschauen völlig verändern. Mit einem Helm könnten Sie buchstäblich im Körper von Messi sein. Plötzlich spüren Sie, wie Ihr Herz schneller schlägt. Sie fühlen das Gras unter Ihren Füßen und den kühlen Wind auf Ihrem Gesicht. Das sind nicht Ihre eigenen Empfindungen. Das ist das, was Messi auf dem Spielfeld fühlt. Sie schauen das Spiel nicht nur, Sie erleben es mit ihm. Jeder seiner Sprints, jeder Schuss auf den Ball, das alles fühlen Sie, als wären Sie selbst auf dem Feld. Das ist ein völlig neues Level des Sporterlebnisses. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Schwerelosigkeit erleben, ohne Ihre Gesundheit zu riskieren oder Jahre in der Vorbereitung zu verbringen. Verbinden Sie sich einfach mit dem Gehirn eines Astronauten auf der Raumstation und fühlen Sie, was er fühlt. Sie versuchen, sich die Haare zu waschen und bemerken, wie seltsam sich das Wasser in der Schwerelosigkeit verhält. Dann nehmen Sie einen Kreisel und drehen ihn. Er dreht sich endlos, ohne anzuhalten. Das ist keine virtuelle Realität, sondern das echte Gefühl und die Erfahrung des Astronauten, die Sie auf der Erde spüren. Wissenschaftler glauben, dass wir eines Tages direkt über unsere Gedanken in sozialen Netzwerken kommunizieren können, ohne Tastatur oder Touchscreen. Anstatt Nachrichten zu tippen, könnten wir Gedanken und Gefühle direkt austauschen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die kommenden Generationen tatsächlich die Fähigkeiten, Technologien und die Ethik entwickeln werden, die notwendig sind, um ein funktionierendes Brain-Net zu schaffen. Eine Umgebung, in der Milliarden Menschen im gegenseitigen Einvernehmen direkten Kontakt allein durch Gedankenkraft aufnehmen können. Wie dieses kolossale, kollektive Bewusstsein aussehen, sich anfühlen und agieren wird, kann heute weder ich noch sonst jemand wirklich vorstellen oder beschreiben. Der Physiker Mikio Kaku glaubt, dass ein Brain-Net den Entwicklungsweg der Zivilisation verändern könnte. Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Entwicklung von Kommunikation. Zuerst kommunizierten Menschen durch Gesten und Rufe, dann kam die Sprache und wir begannen in Dörfern und Städten zu leben. Mit der Schrift entstanden Wissenschaft und Kunst. Jeder Schritt brachte uns näher zusammen und veränderte unsere Lebensweise. Wir haben uns von nomadischen Stämmen zu einer globalen Gesellschaft entwickelt und jede neue Kommunikationsmethode beschleunigte diese Veränderungen. Heute macht das Internet das Entstehen einer planetaren Zivilisation möglich, die die Völker der ganzen Welt vereint. Der nächste große Schritt könnte ein globales Brain-Net sein, das den Austausch eines vollständigen Spektrums von Gefühlen, Emotionen, Erinnerungen und Gedanken auf weltweiter Ebene ermöglicht. Stopp! Aber jede Technologie hat auch eine dunkle Seite. Ihr Gehirn wird für Computer verständlich und was passiert mit Computern? Ja, sie werden gehackt, aber diesmal bekommen Hacker nicht nur Zugang zu ihren Fotos oder Banknoten. Sie könnten in ihre Gedanken, Erinnerungen und Gefühle eindringen, in alles, was sie ausmacht. Und stellen sie sich vor, dass jemand nicht nur ihre Gedanken lesen, sondern sie auch verändern könnte. Sie dazu bringen könnte, das zu denken und zu fühlen, was er will. Sie würden nicht einmal merken, dass sie gesteuert werden. Sie wären überzeugt, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Was wäre, wenn diese Technologie in die Hände von Terroristen oder Diktatoren gerät? Sie könnten nicht nur eine Person, sondern Millionen kontrollieren. Eine ganze Armee von Menschen, die nicht einmal wissen, dass sie gesteuert werden. Und schließlich, Computer können manchmal kaputt gehen, oder? Normalerweise ist das kein Problem, man kauft einen neuen und alles ist wieder gut, aber was passiert, wenn das Interface in ihrem Kopf ausfällt? Einen neuen Verstand kann man nicht einfach kaufen. Lassen Sie uns der Wahrheit ins Auge sehen. Die Wissenschaft hat uns nicht nur Medikamente und Smartphones gebracht, sondern auch Atombomben. Biologen haben Impfstoffe entwickelt, aber auch biologische Waffen. Autos sind praktisch und komfortabel, doch jedes Jahr sterben über eine Million Menschen auf den Straßen. Das alles klingt düster, aber lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Sind Sie bereit, auf all das zu verzichten? Zurück in eine Zeit zu gehen, als die Straßen voller Pferdemist waren? Als es kein Internet, keine Flugzeuge, keine Computer und keine Autos gab? Nein? Nein? Genau das hab ich mir gedacht. Ich auch nicht. Ja, neue Technologien bringen immer Gefahren mit sich. Sie schaden immer irgendjemandem, aber in der Regel sind die Vorteile viel größer als die Nachteile. Viel größer. In den letzten zwei Jahrhunderten hat sich die Welt stark verändert. Wir leben doppelt so lange. Zehnmal mehr Kinder überleben. Wir sind deutlich größer geworden. Viel weniger Menschen leben in extremer Armut. Fast alle können lesen und schreiben. Naturkatastrophen sind viel weniger tödlich geworden. Ja, es wird Probleme geben. Böse Menschen werden neue Waffen finden und gute Menschen werden Wege suchen, sich zu schützen. Aber eines bleibt unverändert. Der Wille der Menschen. Wahrscheinlich werden die Menschen der Zukunft niemals in unser Jahr 2024 zurückkehren wollen. Wenn keine Katastrophe eintritt. Die Weltkultur ist voller Szenarien von Katastrophen. In der Matrix-Trilogie sind Menschen mit einer virtuellen Welt verbunden, ohne zu wissen, dass sie in einer Simulation leben. In der Serie Altered Carbon können die Gedanken der Menschen in neue Körper geladen werden, was zu sozialer Ungleichheit führt. Im Film Inception wird Technologie genutzt, um in die Träume anderer einzudringen und Zugang zu Geheimnissen zu erhalten. Im Roman Neuromancer von William Gibson können Hacker direkt auf fremde Gehirne zugreifen. Im Film Transcendence ist die Menschheit völlig unvorbereitet auf die Entstehung einer künstlichen Intelligenz, basierend auf menschlichem Bewusstsein. Im Film Her und im Film Ex Machina gerät künstliche Intelligenz außer Kontrolle. Was, wenn die Maschinenrevolution in unseren Köpfen beginnt? Wenn Neurointerfaces unsere Smartphones ersetzen und ebenso verbreitet werden, wie werden wir uns vor den Gefahren einer starken KI schützen? Wenn künstliche Intelligenz unsere Gedanken lesen kann, wer wird dann noch das Steuer in der Hand haben? Es passiert oft, dass alles für einen Durchbruch in einem Bereich bereit ist, aber etwas fehlt. Wie ein Lagerfeuer, das aus Holzscheiten aufgebaut ist, aber keinen Funken hat. Es braucht nur ein einziges Streichholz, um es in Brand zu setzen. Elon Musk versucht genau diese Streichhölzer zu schaffen, die ganze Industrien entfachen können. Tim Urban fragte Elon, warum er sich auf Ingenieurwissenschaften konzentriert und nicht auf die Wissenschaft selbst. Musk antwortete, dass der Fortschritt oft durch die Ingenieurwissenschaften gebremst wird. Die Wissenschaft kann sich alles Mögliche ausdenken, aber ohne Technologie bleibt es nur eine Idee. Wenn wir uns die Geschichte ansehen, sehen wir, dass die letzten großen Durchbrüche der Menschheit technische Durchbrüche waren. Die Dampfmaschine war das Streichholz für die industrielle Revolution. Elektrizität brachte die Telekommunikationsrevolution hervor. GPS veränderte die Navigation und Kartografie. Um zu verstehen, warum Elon Neuralink gegründet hat, müssen wir erkennen, welches Streichholz er zu entzünden versucht. Lassen Sie uns das genauer betrachten. Das erklärte Ziel von Neuralink ist es, eine fortschrittliche Gehirn-Computerschnittstelle zu entwickeln, die das menschliche Gehirn mit der Außenwelt verbindet. Das erinnert an das Konzept des Neuralays aus der Kulturreihe von I&M Banks. Ein unsichtbares Interface, das das gesamte Gehirn umspannt. Stellen wir uns vor, wir stehen am Rande einer Revolution, doch bevor wir diesen Schritt in die Zukunft machen können, müssen wir einige Hindernisse überwinden. Das erste Hindernis ist die Angst der Menschen. Umfragen zeigen, dass Amerikaner sich vor Neurochips sogar mehr fürchten als vor Genmanipulationen. Aber Wissenschaftler wie der Mitbegründer von Neuralink, Philip Saves, glauben, dass diese Angst unbegründet ist. Er weist darauf hin, dass viele von uns bereits Chips im Gehirn haben. Wir verwenden sie zur Behandlung von Parkinson, zur Wiederherstellung des Seh- und Hörvermögens. Das ist nichts Neues und Erschreckendes. Denken Sie daran, wie Menschen vor 20 Jahren Angst vor der Laseraugenkorrektur hatten. Heute ist das eine gewöhnliche Prozedur. Dasselbe galt früher für Herzschrittmacher und Organtransplantationen. Anfangs gruselig, dann alltäglich. Das zweite Hindernis ist unser mangelndes Wissen über das Gehirn. Wir wissen immer noch sehr wenig darüber. Aber Philip Saves meint, das sei kein Problem. Wir müssen das Gehirn nicht vollständig verstehen, um mit ihm zu interagieren. Es ist wie bei dem Schach-Supercomputer Deep Blue. Er brachte den besten Spielern neue Strategien bei, ohne selbst zu verstehen, was Schach eigentlich ist. Die Idee ist, dass wir den Neuronen einfach beibringen können, mit Computern zu sprechen. Und maschinelles Lernen übernimmt den Rest. Und dabei lernen wir selbst mehr über das Gehirn. Vielleicht ist das größte Hindernis also nicht die Angst der Menschen oder unser Unwissen über das Gehirn, sondern die technischen Herausforderungen. Und daran arbeiten bereits die besten Ingenieure der Welt. Die erste und wichtigste Herausforderung ist die begrenzte Bandbreite. Derzeit können wir Signale nur von etwa 1000 Neuronen gleichzeitig erfassen. Das ist viel zu wenig für komplexe Aufgaben. Das Team von Neuralink glaubt, dass wir, um eine revolutionäre Gehirncomputerschnittstelle zu schaffen, Signale von einer Million Neuronen gleichzeitig erfassen müssen. Ein Schwellenwert von 100.000 Neuronen könnte jedoch bereits viele nützliche Geräte ermöglichen. Diese Situation erinnert an die Entwicklung der Computer. Früher waren Transistoren groß und es war schwierig, ihre Anzahl zu erhöhen. Doch dann kam das Streichholz. Die Erfindung der integrierten Schaltungen im Jahr 1959 ermöglichte es, die Anzahl der Transistoren auf einem Chip drastisch zu erhöhen, was das Moorsche Gesetz in Gang setzte. Im Bereich der Gehirncomputerschnittstellen hat es einen solchen Durchbruch noch nicht gegeben. Wenn das Wachstum linear verläuft und wir alle anderthalb Jahre 500 Neuronen hinzufügen, werden wir die Millionen erst im sechsten Jahrtausend erreichen. Wenn sich die Anzahl jedoch alle anderthalb Jahre verdoppelt, könnten wir die Millionen bereits im Jahr 2037 erreichen. Tatsächlich sieht die Realität eher nach der zweiten Option aus. Jan Stevenson und Konrad Kording haben untersucht, wie viele Neuronen gleichzeitig bei Tieren in den letzten 50 Jahren erfasst wurden. Ihre Studie, bekannt als das Gesetz von Stevenson, zeigt, dass sich diese Zahl etwa alle sieben Jahre verdoppelt. Wenn dieser Trend anhält, könnten wir bis Ende dieses Jahrhunderts eine Million Neuronen aufzeichnen und bis 2225 sogar jedes Neuron im Gehirn. Um einen Durchbruch bei den Gehirncomputerschnittstellen zu erreichen, reicht es nicht aus, einfach nur die Anzahl der aufgezeichneten Neuronen schrittweise zu erhöhen. Wir müssen den Ansatz zur Technologie ändern, damit sie sich exponentiell entwickelt, wie es beim Moorschen Gesetz der Fall war. Die zweite technische Herausforderung ist der Implantationsprozess des Geräts. Derzeit ist eine komplizierte Gehirnoperation erforderlich, um eine Gehirncomputerschnittstelle zu installieren. Zum Beispiel wird der fortschrittliche Neuralink Implantat N1 so eingesetzt. Ein Chirurg macht einen kleinen Einschnitt in die Kopfhaut und bohrt ein winziges Loch in den Schädel, um Zugang zur Gehirnoberfläche zu erhalten. Ein Roboter R1, der eine Genauigkeit im Mikrometerbereich besitzt, führt die Fäden des Implantats in das Gehirngewebe ein. Diese Fäden sind dünner als ein menschliches Haar. Sie sind flexibel und können sich mit dem Gehirn bewegen, ohne Schäden zu verursachen. Das Hauptgehäuse des Implantats mit der gesamten Elektronik und Batterie wird unter die Kopfhaut implantiert und mit den eingefügten Fäden verbunden. All das ist bisher teuer, wenig getestet und daher gefährlich. Das Team von Neuralink möchte den Prozess der Installation einer Gehirn-Computer-Schnittstelle schließlich so einfach und automatisiert gestalten wie die Laseraugenkorrektur. Sie glauben, dass, wenn sie diese Probleme lösen, Neurointerfaces so verbreitet werden könnten wie heutige Smartphones. Ingenieure entwickeln neue Wege, um unser Gehirn ohne komplizierte Operationen mit Computern zu verbinden. In einem TEDx-Vortrag präsentierte der Forscher Hun Yeu Elektroden in Form eines temporären Tattoos auf der Haut. Wissenschaftler glauben, dass diese Methode auch für das Gehirn verwendet werden könnte. Ein anderes Team arbeitet an einem neuronalen Netz, das so klein wie eine Nanopartikel ist und mit einer Spritze ins Gehirn initiiert werden kann. DARPA entwickelt winzige neuronale Implantate, die Medikamente ersetzen könnten. DJ Seo, einer der Mitbegründer von Neuralink, arbeitet an neuronalem Staub. Winzige Silizium-Sensoren, so dünn wie ein Haar, die in die Gehirnrinde eingebracht werden und mit einem externen Gerät über Ultraschall kommunizieren. Andere Wissenschaftler forschen an noch unglaublicheren Ideen wie Optogenetik und der Verwendung von Kohlenstoff-Nanoröhren. All diese Beispiele zeigen, wie ein interdisziplinärer Ansatz neue Ideen hervorbringt. Verschiedene kleine Teams auf der ganzen Welt suchen nach dem Durchbruch, nach dem entscheidenden Streichholz. Wenn das passiert, wird sich alles schnell ändern. Eines Tages, im Jahr 2052, werden sie einem Kind erzählen, wie alles begann und es wird ihm langweilig sein. Warum hat Elon Neuralink also gegründet? Der Nutzen von Neurointerfaces könnte groß sein, aber überwiegt nicht das Risiko einer Katastrophe wie der Gedankenkontrolle durch künstliche Intelligenz? Elon hat darauf eine Antwort. Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, wohin die Reise geht. Die Magie ist von Industriebauten in unsere Häuser und Hände gewandert und wird bald auf unseren Köpfen landen. Danach wird sie einen weiteren Schritt machen. Die Magie wird in unsere Gehirne einziehen. Das wird durch eine vollständige Gehirnschnittstelle geschehen, die ich den magischen Hut nenne. Eine Neuro-Computer-Schnittstelle, die so vollständig glatt, biokompatibel und mit hoher Bandbreite ausgestattet ist, dass sie ein Teil ihrer Großhirnrinde und des limbischen Systems wird. Eine vollständige Gehirnschnittstelle wird ihrem Gehirn die Fähigkeit geben, drahtlos mit der Cloud, Computern und den Gehirnen anderer Menschen, die ebenfalls eine solche Schnittstelle haben, zu kommunizieren. Dieser Informationsfluss zwischen ihrem Gehirn und der Außenwelt wird völlig unauffällig sein. Er wird dem Denken ähneln, das gerade in ihrem Kopf stattfindet. Elon Musk nennt diese vollständige Gehirnschnittstelle den tertiären digitalen Layer des Gehirns. Seiner Meinung nach haben wir bereits zwei Schichten. Das limbische System, das für die Emotionen verantwortlich ist, und die Großhirnrinde, die für das rationale Denken zuständig ist. Das Neuro-Interface soll die dritte Schicht werden, die die beiden bestehenden ergänzt. Wenn Ihnen dieser Vergleich nicht gefällt, hat Elon auch noch etwas anderes zu sagen. Wir haben bereits einen tertiären digitalen Layer. Das ist Ihr Computer, Ihr Telefon oder andere Geräte. Sie können eine Frage bei Google eingeben und sofort eine Antwort erhalten. Sie können auf jedes Buch oder jede Musik zugreifen. Mit Tabellen können Sie unglaubliche Berechnungen anstellen. Ein einzelner Mensch mit einem Laptop kann viel mehr erreichen als eine Gruppe von Leuten mit Taschenrechnern. Was die Leute heute noch nicht verstehen ist, dass sie bereits Cyborgs sind. Sie sind nicht mehr das gleiche Wesen, das sie vor 20 oder sogar 10 Jahren waren. Sie sind schon ein anderes Wesen. Sehen Sie sich die Umfragen an, in denen gefragt wird, wie lange sie ohne ihr Telefon auskommen können. Wenn Sie jünger als 20 Jahre sind, dann reicht oft nicht mal ein Tag. Ohne das Telefon sind wir wie ohne Hände. Ich denke, dass die Menschen bereits mit ihren Telefonen, Laptops und anderen Geräten verschmolzen sind. Ja, es ist schwer vorstellbar, weil wir uns nicht wie Cyborgs fühlen. Wir sehen uns als Menschen, die Geräte für ihre Zwecke nutzen. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn wir ein Telefon oder einen Computer benutzen, erschaffen wir ein digitales Ich, das über Bildschirm und Tastatur mit der Welt interagiert. Dieses Ich ist genauso real wie das, welches mit der Stimme spricht. Der Unterschied liegt nur darin, welche Werkzeuge wir für die Kommunikation nutzen. Unsere Stimmbänder oder den Touchscreen? Elon Musk meint, dass unsere Smartphones eine Verlängerung von uns selbst sind, unsere digitalen Gliedmaßen. Doch die Verbindung zwischen unserem Gehirn und der digitalen Welt ist im Moment sehr langsam. Als würden wir versuchen, ein Loch in ein Holzbrett mit dem Finger zu bohren. Das Neurointerface oder wie Tim Urban es nennt, der magische Hut, soll diese Verbindung verbessern. Es wird es unseren Gedanken ermöglichen, sich direkt in den digitalen Raum zu bewegen. Eine solche Schnittstelle könnte nicht nur unsere Art der Kommunikation mit Computern, sondern auch untereinander verändern. Anstatt Informationen durch Sprache oder Text zu übertragen, könnten wir unsere Gedanken direkt austauschen. Elon Musk spricht oft über die Bedeutung der Bandbreite. Man kann sich das so vorstellen. Wenn Information ein Milchshake ist, dann ist die Bandbreite die Breite des Strohhalms, durch den wir trinken. Derzeit können Computer Informationen sehr schnell verarbeiten, als ob sie durch ein Rohr trinken würden. Unser Gehirn arbeitet ebenfalls schnell, aber wenn es ums Sprechen geht, benutzen wir einen dünnen Strohhalm und das Tippen von Nachrichten ist wie der Versuch, den Milchshake durch eine Nadel zu trinken. Der Neurowissenschaftler Morin Cerf hat berechnet, wie viel Informationen verschiedene Teile unseres Nervensystems übertragen können. Es stellte sich heraus, dass unser Gehirn Informationen viel schneller verarbeitet, als wir sie mit Worten oder Text übermitteln können. Anders ausgedrückt, die Bandbreitenlücke zwischen Kommunikation und Denken ist riesig. Das Team von Neuralink möchte erreichen, dass wir genauso schnell kommunizieren können, wie wir denken. Es ist, als würden wir den Strohhalm gegen ein Rohr austauschen. Das Neurointerface könnte die Datenübertragungsgeschwindigkeit erheblich steigern. Doch es geht nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Genauigkeit der Informationsübertragung. Wenn wir sprechen oder schreiben, komprimiert unser Gehirn komplexe Gedanken in einfache Worte. Dabei gehen viele Nuancen verloren. Das Neurointerface könnte Gedanken ohne Verlust von Details übermitteln. Sprache selbst ist begrenzt. Worte sind nur eine grobe Beschreibung unserer Gedanken und Gefühle. Wenn wir zum Beispiel einen Horrorfilm beschreiben, müssen wir allgemeine Wörter wie gruselig oder unheimlich verwenden, obwohl unsere echten Eindrücke viel komplexer und einzigartiger sind. Menschen versuchen, diese Grenzen zu überwinden, indem sie Videos und Musik erschaffen. Aber selbst diese Mittel können nicht den ganzen Reichtum unseres inneren Erlebens vollständig vermitteln. Elon Musk brachte in einem achtstündigen Podcast mit Lex Friedman ein gutes Beispiel. Erinnern Sie sich an Memes? Nein, nicht die lustigen Bilder aus dem Internet, sondern Ideen, die jeder kennt. Ein Meme wie Evolution vermittelt ein ganzes Bündel an Informationen mit nur einem Wort. Das ist Superkompression. Das bedeutet, wenn ein Wort das ausdrücken kann, wofür normalerweise zehn einfache Worte nötig wären, haben sie eine zehnfache Komprimierung. Aber hier gibt es ein Problem. Diese Superkompression funktioniert nur, wenn Ihr Gesprächspartner im Thema ist. Wenn Begriffe wie natürliche Selektion oder Variation ihm nichts sagen, bleibt das Meme Evolution einfach nur ein Wort. Anstelle von Komprimierung findet ein Informationsverlust statt. Die Geschichte der menschlichen Kommunikation steht kurz davor, in eine neue Ära einzutreten. Über lange Zeit, etwa 100.000 Jahre, haben Menschen indirekte Wege der Kommunikation genutzt. Durch Sprache und Schrift. Aber in den letzten 150 Jahren haben wir besonders schnell neue Kommunikationsmethoden entwickelt. Vielleicht haben uns all diese Entwicklungen zu etwas völlig Neuem geführt. Zu einer dritten Ära der Kommunikation. In dieser neuen Ära könnte die Notwendigkeit für Geräte verschwinden. Unser Gehirn selbst wird zu einem Gerät, das in der Lage ist, Informationen direkt auszutauschen. Wir müssten keine Telefone oder Computer mehr mit uns herumtragen. Alles Notwendige wäre in unserem Kopf. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Dinge allein durch Ihre Gedanken steuern. Sie gehen zu Ihrem Auto und die Tür öffnet sich von selbst. Sie setzen sich hinein und die künstliche Intelligenz weiß automatisch, wohin Sie fahren möchten und welche Musik gespielt werden soll. Zu Hause regulieren Sie Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, indem Sie einfach daran denken. All diese Aktionen werden so natürlich wie das Blinzeln. Eine noch ungewöhnlichere Idee ist das Gruppendenken. Wissenschaftler vermuten, dass Menschen gemeinsam über Problemlösungen nachdenken können. Nicht mehr laut diskutieren oder schreiben, sondern wirklich gemeinsam denken. Elon Musk vergleicht diese Art der Kommunikation mit einer Telekonferenz im Einverständnis. Wenn ich beschließen würde, Ihnen ein Konzept zu übermitteln, wäre es im Wesentlichen eine Telekonferenz im Einverständnis. Sie müssten nichts sagen, es sei denn, Sie wollten ein bisschen Tradition in die Unterhaltung bringen oder so etwas. Aber das Gespräch würde auf der Ebene der Konzepte stattfinden und das ist im Moment schwer zu verstehen. Tim Urban stellte Elon die Frage, die jedem in den Sinn kommt, wenn er zum ersten Mal von Gedankenkommunikation hört. Heißt das, jeder könnte wissen, was ich denke? Die Antwort lautet, nein. Menschen werden ihre Gedanken nicht lesen können, es sei denn, sie wollen es. Genauso wie ihr Mund nicht spricht, wenn sie das nicht möchten. Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher es wäre, einen Traum oder eine Melodie, die in Ihrem Kopf steckt, oder eine Erinnerung zu beschreiben, wenn Sie diese einfach in den Kopf eines anderen übertragen können. Oder wie Elon sagte, ich könnte an einen Blumenstrauß denken und den klar in meinem Kopf sehen, aber es würde viele Worte brauchen, um ihn auch nur annähernd zu beschreiben. Diese Technologie könnte die Arbeit von kreativen Menschen stark verändern. Ingenieure und Architekten könnten schneller Projekte entwickeln, indem sie einfach Ideen in ihren Köpfen austauschen. Musiker könnten Musik direkt aus ihrer Vorstellung heraus aufnehmen, ohne Instrumente zu berühren. Auch Emotionen könnten präziser übermittelt werden. Erinnern Sie sich daran, wann Sie zuletzt jemandem gesagt haben, ich bin traurig. Haben Sie nicht das Gefühl gehabt, dass diese drei Worte nur die Spitze des Eisbergs sind? Ihre Emotionen sind eine Symphonie von Gefühlen und sie lassen sich nicht mit einer einzigen Note ausdrücken. Emotionen entstehen in unserem limbischen System. Das ist der älteste Teil unseres Gehirns, den auch Reptilien haben. Ihm gegenüber steht der Neokortex, die große Hinrinde, die für Denken und Planen zuständig ist. Obwohl der Neokortex viel klüger ist als das limbische System, dient er ihm oft. Der Kortex versucht das limbische System glücklich zu machen. Ein großer Teil der Rechenleistungen des Gehirns wird darauf verwendet, Sex zu erreichen, nicht unbedingt zur Fortpflanzung, sondern einfach nur des Vergnügens wegen. Menschen haben daran Freude. Deshalb setzt das Gehirn enorm viele Ressourcen ein, um diesen im Grunde absurden Prozess, den wir Sex nennen, zu ermöglichen. Der Neurowissenschaftler Morin Cerf behauptet, dass Neurointerfaces diese beiden Teile ihres Gehirns miteinander versöhnen könnten. Stellen Sie sich vor, Sie essen ein Stück Schokoladenkuchen. Während des Essens füttern Sie Ihr kognitives System mit Daten, die Ihnen Genuss verschaffen. Der Genuss liegt also nicht im Kuchen selbst, sondern in der neuronalen Erfahrung des Essens. Das Trennen des sinnlichen Verlangens, Erlebnis des Essens, von der eigentlichen Überlebensfunktion, Nahrung, wird bald in greifbarer Nähe sein. Das gleiche Prinzip könnte auf Dinge wie Sex, Drogen, Alkohol und andere Vergnügungen angewendet werden, die Menschen oft in Schwierigkeiten bringen. Haben Sie jemals davon geträumt, im Schlaf zu lernen? Ich schon. Es macht einfach Sinn. Im Durchschnitt verbringt ein Mensch etwa ein Drittel seines Lebens im Schlaf. Wissenschaftler haben etwas Ähnliches bei Ratten ausprobiert. Sie entdeckten, dass man den Lernprozess erheblich beschleunigen kann, wenn man das Gehirn richtig vorbereitet. Forscher verwendeten verschiedene Methoden. Von elektrischer Stimulation bis zur Anwendung spezieller Moleküle, die den Calcium-Spiegel in den Zellen beeinflussen. Sie zeichneten sogar die Gehirnaktivität auf, um zu verstehen, wie sich das Verhalten der Neuronen veränderte. Kurz gesagt, sie brachten das Gehirn vor dem Lernen in die richtige Stimmung. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Die Ratten lernten zwei bis dreimal schneller als gewöhnlich. Die Beschleunigung des Lernens ist nur eine Richtung der Forschung, aber es gibt noch einen spannenden Weg, Zugang zu allen Informationen der Welt zu bekommen, sie aus dem Netz zu holen. Wie könnte der Zugang zu Informationen aus der Cloud aussehen? Tim Urban und der Informatiker Rames Nam, bekannt durch seine Nexus-Trilogie, haben vier mögliche Level analysiert. Level 1 Ich habe eine Frage. Ich stelle sie in Gedanken und die Antwort erscheint in meinem Kopf, als hätte ich sie gerade selbst erfunden. Level 2 Ich habe eine Frage. Ich stelle sie in Gedanken und in einem Augenblick kenne ich die Antwort. Es fühlt sich an, als hätte ich es schon immer gewusst. Level 3 Ich erfahre sofort das, was ich wissen will. Ich weiß nicht, ob die Information aus der Cloud oder aus meinem Gedächtnis kommt. Die Cloud ist ein Teil meines Geistes geworden. Ich speichere nicht alle Informationen, aber sie ist verfügbar, wenn ich sie brauche. Level 4 Ich kann nicht nur Fakten erfahren, sondern auch komplexe Dinge tief verstehen. Zum Beispiel könnte ich ein ganzes Buch hochladen und es sofort begreifen, als hätte ich es gelesen. Ich könnte darüber sprechen und es zitieren. Rames Nam glaubt, dass all diese Level möglich sind, aber der vierte Level ist der technologisch schwierigste und am weitesten entfernte. Den genauen Zeitpunkt für das Eintreten der neuen Kommunikationsära vorherzusagen, ist schwierig. Experten sind sich uneinig. Zum Beispiel glaubt der Technologieunternehmer Brian Johnson, dass wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren die erste Welle des Neuroprothesings für gesunde Menschen sehen werden. Rames Nam spricht von 50 Jahren oder mehr und fügt hinzu, ich hoffe, ich liege falsch. Ich hoffe, Elon korrigiert diese Kurve. Elon Musk selbst ist optimistisch und glaubt, dass die ersten Geräte für Menschen ohne Behinderungen in 8 bis 10 Jahren verfügbar sein könnten. Musk treibt die Entwicklung von Gehirn-Computerschnittstellen voran, weil er den Schlüssel zu einer besseren Zukunft darin sieht. Heute riskiert die Menschheit viel, da sie alle Eier in einem Korb auf der Erde aufbewahrt. Sollte eine Katastrophe passieren, wären wir verloren. Deshalb gründete Elon SpaceX, um Raumflüge günstiger und zugänglicher zu machen. Sein Ziel ist es nicht, alle Menschen zum Mars zu bringen, sondern diese Möglichkeit zu schaffen. Wenn die Zeit reif ist, werden die Menschen sich von selbst dafür interessieren. Doch es gibt ein noch größeres Problem. Die Menschheit entwickelt künstliche Intelligenz, die möglicherweise intelligenter wird als wir selbst. Tausende Experten sehen darin eine große Bedrohung. Warum? Überlegen Sie einmal, wie wir Menschen mit Tieren umgehen. Wenn bestimmte Teile ihrer Körper nützlich sind, bauen wir ganze Industrien auf, die diese Körperteile verarbeiten und verkaufen. Manchmal töten wir Tiere sogar aus sportlichen Gründen und das tun wir, weil wir enorme Macht über sie haben. Macht, die uns unser Intellekt verleiht. Viele Menschen glauben, dass es uns gibt und dann alle anderen. Was, wenn die KI genauso über uns denkt? Und man muss sagen, die KI entwickelt sich sehr schnell. Denken Sie daran, wie Computer die besten Spieler in Schach, Go und Dota besiegten. Dann sich fortbewegten, unsere Sprache beherrschten und begannen, bei wissenschaftlichen Entdeckungen zu helfen. All das geschah in weniger als 30 Jahren. In den letzten Jahren wurde mir klar, dass KI den Menschen definitiv weit übertreffen wird. Es gibt ein gewisses Risiko, dass etwas Schlimmes passiert, etwas, das wir nicht kontrollieren können. Niemand weiß genau, was passieren wird, wenn eine superintelligente KI entsteht. Einige glauben, sie wird all unsere Probleme lösen. Andere haben Angst, dass wir mit einem Feuer spielen, das wir nicht verstehen. Elon sieht es als unvermeidlich an, dass ein solcher Superintellekt auf der Erde entstehen wird. Und wenn das passiert, ist es wichtig, dass wir für ihn nicht einfach alle anderen sind. Ihr Gehirn ist wie ein Computer. Es hat Hardware, die Neuronen und Software, die Informationen, die in ihnen gespeichert sind. Wenn sie wütend oder glücklich sind, interagieren sie tatsächlich nicht mit den physischen Teilen des Gehirns, sondern mit der Information, die darin gespeichert ist. Ihre Emotionen sind wie Programme, die in ihrem biologischen Computer ablaufen. Dasselbe gilt für das Denken und die Wahrnehmung. Linien zwischen Fliesen erscheinen gebogen, aber in Wirklichkeit sind sie alle gerade. Gleiche Linienlängen wirken unterschiedlich, je nach den Pfeilen an ihren Enden. Und hier sehen sie Dreiecke, die eigentlich gar nicht da sind. All das ist ein Fluss von Informationen. Ihre Augen senden dem Gehirn nur Skizzen der Realität und das Gehirn vervollständigt diese, um das volle Bild der Welt zu schaffen, das sie in ihrem Kopf sehen. Sogar wenn sie versuchen, sich an den Namen der Person zu erinnern, die sie gerade kennengelernt haben, suchen sie nicht direkt in den physischen Neuronen, sondern in der Information, die dort gespeichert ist. Es ist, als würden sie eine Datei auf einem Computer öffnen. Das bedeutet, ihr Gehirn ist nicht nur ein Kilo graue Masse. Es ist ein komplexes System, bei dem Hardware, Neuronen und Software, Informationen zusammenarbeiten, um ihr Bewusstsein, ihre Emotionen und Gedanken zu erschaffen. Und jetzt stellen sie sich vor, dass zu diesem System eine weitere Ebene hinzukommt. Eine digitale Ebene. Sie ermöglicht es ihnen, sich direkt mit dem Internet zu verbinden, mit anderen Menschen gedanklich zu kommunizieren und jede Information sofort abzurufen. Die digitale Schicht wird nicht nur eine zusätzliche Komponente in ihrem Gehirn sein, sie wird die Art und Weise, wie sie denken, verändern. Sie könnte uns zu echten Cyborgs machen, die direkt mit der digitalen Welt durch ihre Gedanken verbunden sind. Ein Großteil ihres Denkens findet in ihrem Kortex statt. Aber wenn sie Hunger haben, sagen sie nicht, mein limbisches System hat Hunger, sondern ich habe Hunger. Genauso, sagt Elon, wenn sie versuchen, ein Problem zu lösen und ihre KI die Antwort findet, sagen sie nicht, meine KI hat die Antwort gefunden, sondern juhu, ich habe die Antwort gefunden. Stellen sie sich vor, in ihrem Kopf gäbe es eine neue Stimme, aber es wäre nicht jemand anderes, sondern sie selbst. Ein neuer Teil ihres Denkens. Wie wenn sie plötzlich eine Superkraft hätten. Die Idee der Symbiose mit einer KI ist besonders schwierig, weil sie zwei überwältigende Konzepte kombiniert. Das erste ist das Neuro-Computer-Interface mit all seinen Fähigkeiten, die wir bereits besprochen haben. Und das zweite ist die starke künstliche Intelligenz, die intelligenter ist als wir. Heutzutage können die Menschen keine dieser Ideen wirklich begreifen, weil wir uns beim Vorstellen auf unsere Lebenserfahrungen stützen. Und diese Konzepte sind für uns völlig neu. Es ist, als würde man versuchen, sich eine Farbe vorzustellen, die man noch nie gesehen hat. Musk ist von seiner Idee überzeugt. Er glaubt, dass der entscheidende Faktor hier die Geschwindigkeit der Informationsübertragung ist. Je schneller ihr Gehirn Daten mit der KI austauschen kann, desto eher wird sie zu einem Teil von ihnen und nicht zu einem separaten Gerät. Das Problem ist, dass die Bandbreite der Kommunikation extrem niedrig ist, besonders bei der Ausgabe. Wenn sie Informationen auf ein Telefon eingeben, bewegen sie sich sehr langsam mit zwei Fingern. Das ist unglaublich langsame Kommunikation. Wenn die Bandbreite zu gering ist, wird ihre Integration mit der KI sehr schwach sein. Angesichts der Begrenzung der niedrigen Bandbreite verliert alles seinen Sinn. Die KI wird einfach selbstständig existieren, weil wir zu langsam mit ihr kommunizieren. Je schneller die Kommunikation ist, desto mehr kann man sich integrieren. Je langsamer sie ist, desto weniger. Und je mehr wir getrennt sind, je mehr die KI anders ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie uns ignoriert. Wenn die KI uns als getrennte und weniger intelligente Wesen betrachtet, wie können wir dann sicherstellen, dass ihre Handlungen uns nicht schaden? Wenn wir aber eine enge Symbiose erreichen, wird die KI nicht anders sein, sondern eine Art Verwandter, wie ihr limbisches System mit ihnen verwandt ist. Wir werden die Wahl haben. Entweder bleiben wir außen vor und werden nutzlos wie ein Haustier, oder wir verschmelzen mit der KI. Übrigens, ein Hauskätzchen zu sein, ist eigentlich kein schlechter Ausgang. Wenn das Team von Neuralink, Miguel Nicolelis, Ray Kurzweil und andere Wissenschaftler recht haben, werden in nicht allzu ferner Zukunft Milliarden von Menschen direkt mit der KI interagieren können. Sie werden mit ihr denken, lernen und arbeiten. Wir werden die KI verstehen können, weil sie ein Teil von uns wird. In einer solchen Welt sind wir viel weniger verwundbar. Wenn jeder zu einem Superman wird, wird es für einen einzelnen Superman schwierig sein, den anderen zu schaden. Es wird eine Art Gleichgewicht der Kräfte geben. Doch es gibt ein Aber. Zeit ist ein entscheidender Faktor. Musk betont, dass wir lernen müssen, unser Gehirn mit Computern zu verbinden, bevor eine superintelligente KI entsteht. Sonst könnten wir es verpassen, uns mit ihr zu vereinen und den Anschluss verlieren. Deshalb gründete er Neuralink. Ihr langfristiges Ziel ist es, unseren Weg in eine Zukunft zu beschleunigen, in der jeder, der sich mit einer KI ergänzen möchte, dies tun kann und in der es Milliarden einzelner KI-Mensch-Symbionten gibt, die gemeinsam über die Zukunft entscheiden.